Ja und da wieder geht's! Uah! Scheiße! Was haben wir? Oh, oh, oh! Fick dich! Eiii! Ich seh jetzt nicht sterben! Nein! 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 Ey, cool! Na, ist ja super! Ja, umpumpe! Eiii! Uuuuh! Na, kommt der! Fick! Oh, ist ja ach! Leute! Was ich eben letztlich vergessen habe zu sagen? Schreibt mir Kommentare! Ich möchte... Ja, Leute! Ich möchte mir Kommentare lesen! Ja, ich brauche immer Kommentare! Also Leute! Schreibt schon Kommentare! Bitte! Ja, Leute! Ja, Leute! Dann möchte ich auch nochmal fragen, wie findet ihr mein Intro, das wie man das erste Video mache, was ich auflebe? Schreibt mir in die Kommentare! Schreibt mir in die Kommentare! Schreibt mir in die Kommentare! Ob es euch gefällt! Wenn es euch nicht gefällt! Schreibt mir in die Kommentare! Und was für eine andere Musik ich nehmen soll! Zurzeit nehme ich jetzt Rihanna, Jay-Z, Run This Down! Das gefällt mir so! Ja, also Leute! Wenn ich irgendwas verändern soll! Und was anderes machen soll! Schreibt mir in die Kommentare! Dann werde ich mir das mal anhören! Das werde ich ein bisschen verändern! Das werde ich mir vielleicht zu Hause mal anschauen! Also, das war's eigentlich! Ach ja! Und ich habe jetzt den Fehler gefunden! Bei Megaman! Also Leute! Ich kann jetzt sogar... Ich habe jetzt Fraps mir geholt! Und Leute! Ich habe jetzt ausprobiert! Ich kann jetzt bei Megaman mit Fraps aufnehmen! Aber dann muss ich den immer in Folge nehmen! Aber egal! Also Leute! Es wird vielleicht morgen oder heute vielleicht... Morgen oder heute vielleicht... Megaman! Komm! Wenn Tuliko Zeit hat! Ja! Weil er nicht kommt! Ohne Tuliko ist das Megaman gar nichts! Und außerdem... Was wäre... Und außerdem... Ich habe Megaman mit Tuliko angefangen! Ich werde Megaman mit Tuliko... Natürlich aufhören! Nee, ich sag doch! Also ich habe mit... Also ich habe mit Tuliko Megaman angefangen! Und werde auch mit Tuliko... Ähm... Ich sag... Ihr werdet euch nicht so sauber sein! Ach genau! Ich labere nur Scheiße! Ich kann beim Spielen, kann ich nicht reden! Doch, manchmal! Aber nicht immer! Oh... What you say! Ähm... Geht es lang! Wo? Geht es lang! Ich habe nicht aufgepackt! Aber egal! Ähm... Ja! Ähm... Leute! Und... Ich habe ja jetzt... Craps Leute! Und dann werde ich vielleicht... Ähm... Vielleicht im Sommer... werde ich mit PC... Ich bin am Anfang so... Ja... Ich kaufe mir etwa neue... Außerdem... Ich muss mal ein bisschen PC kaufen! Ja... Also... Ich glaube im Sommer werde ich mit PC... Ich bin am Anfang so... Ich kaufe mir etwa neue... Ich bin am Anfang so... Ich bin am Anfang so... Ich bin am Anfang so... Ich komme, jetzt kommt eine Vision, ich hoffe, dass wir uns ansehen können, ich vergrüß dich. Ja, mein Hoffnung hat nichts gemacht. Also Leute, ich habe jetzt mal nachgeschaut, wir haben jetzt insgesamt 52% geschafft. Also Leute, wir haben sie, wir haben sie, wir haben sie bald. Wir können bald wieder verhaseen, dann kann ich ja nicht wieder bleibigen, alles. Und Leute, wisst ihr, was ich gleich am Anfang mache, wenn ich sie sehe? Möchtest du nicht? Dann kann ich fragen, tut das weh? Oh, nein, Entschuldigung. Ist ja zu blöd. Nein, ich höre es nicht an, ich höre es nicht an, ich höre es nicht an, pixen. Nein, mache ich nicht. Ich bin doch nicht. Ich werde erst mal fragen. Fadi, bist du da. Ich komme mir. traumatic. Warum machst du ja mal angekommen? Okay, okay, glaube ich habe weit Deborah aman projets mit mir jetzt nicht. Hier muss man schnell sein. Was sag ich nur für Leute idi, du blöd, hier muss man schnell sein. Der Mann, ihr nur zu langsam bestanden ist, Mann. Ich glaube, man, am Ende. Wow. Dude. Wow. Was war das? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Whoa. 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 Nein. Fickt euch! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen im Bild? Geht doch weiter! Warum ist jetzt andersrum? Was ist los mit der Steuerung? Mann, der ist jetzt vollkommen bekloppt. Ah, hab ich nicht auch gesehen. Nein, nein! 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 Ja, du hast ja gesagt. Ja, du hast ja gesagt, du hast ja gesagt. Okay. Na klar, na klar, wenn wir drauf fallen, na klar. Wir sind so gut. Wir haben es ja gleich geschafft. Wir haben es ja gleich geschafft. Ja. Ja, okay. Die Version kriegen wir noch nicht schlecht. Ja. 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 Ja, drei Videos mache ich jetzt noch. Ja. Also Leute, ich werde heute vielleicht zwei, drei Videos hochladen. Ja. 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 Ja, ich habe hier vielleicht noch Megaman vielleicht machen. Ja, ich habe ein bisschen Megaman, ein bisschen geübt. Ich habe geübt für Megaman. Ja. Ja, ich kann weiter. Ja. Also Leute, ich glaube, vielleicht brauchen wir hier nicht so 200 Minuten für das Spiel, vielleicht 100, ich dachte ob ich eben nicht weiß nicht. Die Engel werden bezeichnet, oder die Worte sind bezeichnet. Ich stoppe das Video jetzt mal. Alle Instas noch ertragen.